Wofür mache ich dieses Video? Also ich denke, ich möchte euch mal ein bisschen was von meinen Fortschritten berichten und vielleicht ein paar Leute von euch dazu anregen, auch mit Calisthenics anzufangen. Vorweg, ich bin kein Personal Trainer, ich mache diese Sportart selber seit drei Monaten. Just Blaze Power Bitches Bow down Turn my music Show 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 my music